Hi, ich bin Jana von Bell Book & Kennel und ich sitze hier in meinem Zimmer in Berlin bei 35 Grad. Ich freue mich auf eine Abkühlung bei euch im TAPS in Bad Tabards und zwar am 4. September ab 18 Uhr geht es rein und wir spielen ein wunderschönes Konzert zu sechst auf der Bühne. Mein Sohn wird am Schlagzeug sein und es wird ein toller Abend. Bitte kommt vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt auf unsere Musik und auf uns. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.